Nur herein, Junge, mal nur herein. Keine Angst. Hallo, ich hab hier so einen Gutschein gewonnen. Das weiß ich doch. Ich sehe schon, Sie glauben nicht ans Wahrsagen. Sie haben einen naturwissenschaftlichen Beruf. Ja, das stimmt. Das macht es Ihnen schwierig. Naja. Sie heißen... Sebastian Tanberg, ja, so heißen Sie. Sie haben zwei Kinder. Eins davon ist noch sehr klein. Sie nehmen sich viel Zeit für Ihre Familie. Oh, Sie lieben Ihren Beruf. Ich sehe Menschen jeglichen Alters. Sie kommen zu Ihnen. Suchen Sie Heilung? Was sind Sie, Herr Tanberg? Oh, ich sehe Wolken. Sie müssen sich auf Ihre Augen verlassen können. Ja, das ist schon wichtig. Aber... Ihr Arbeitsfeld ist so groß. Es ist so abwechslungsreich. Ich sehe viele Gesichter, aber ich... Ich sehe es nicht wirklich. Oh, ja. Jetzt sehe ich mehr. Sagen Sie nichts. Sie sind viel unterwegs. Ich sehe viele Leute. Auf einem Kongress. Was? Ich sehe noch etwas. Ein Skalbell? Sie operieren? Aber Sie sind kein Chirurg. Nein, das sind Sie nicht. Oder doch? Sie sitzen vor einem Mikroskop. Also doch kein Psychologe. Obwohl ich sehe Sie auch vertieft in ein Gespräch. Sie sind sehr nah. Moment! Der Beruf bietet Ihnen finanzielle Sicherheit? Nein. Sie sind Arzt, aber kein Internist. Sie sind was Besonderes. Aber was denn nur? Es darf doch nicht wahr sein. Es ist alles so klar. Aber auch wieder nicht. Was sind Sie nun, Herr Dr. Tanberg? Orakel der Stürme, gebt mir Antwort. Helft mir in meiner Ahnungslosigkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017